Tag. Heute reden wir leider mal über ein etwas ernsteres Thema, das die Firma Activision Blizzard betrifft. Wer jetzt gar keine Ahnung hat, worum es geht, ich gehe in dem Video noch ein bisschen genauer drauf ein und erkläre auch, was passiert ist. Aber für die Leute, die sich in das Thema auch mehr einlesen wollen oder einfach auch prüfen wollen, ob die Sachen, die ich da sage, wirklich auch stimmen, habe ich unter dem Video ein paar Infos und ein paar Links. Wer meinen Kanal regelmäßig guckt, der weiß, ich bin nicht der Typ, der ewig damit nervt zu sagen, abonniert mich, guckt das Video komplett, lasst ein Like da, kommentiert. Dieses Thema, auf das ich in dem Video jetzt gleich eingehe, ist aber wirklich sehr wichtig, betrifft jeden von uns, insbesondere jeden Gamer. Heute bitte ich euch, dieses Video wirklich mal komplett zu gucken. Ich gehe im gesamten Video auf verschiedene Dinge ein und ich finde, alles davon ist wichtig. Je mehr und je länger dieses Video geguckt wird, desto mehr Leute bekommen es auch mit und desto mehr spricht sich das Ganze rum. Teilt das Video, informiert eure Freunde, Bekannte, informiert eure Gamer-Kollegen und meine YouTube- und Streaming-Kollegen, würde ich bitten, redet mit euren Communities über dieses Thema. Es ist wichtig und wir haben hier wirklich die Möglichkeit, eine Änderung und eine Verbesserung für Mitarbeiter solcher Firmen herbeizuführen. Alles, was jetzt folgt, ist ein Live-Rant, den ich in einem Twitch-Stream vor ein paar Tagen gemacht habe. Die Real-Talk-Reaktion, die ich jetzt hier habe für euch, spiegelt einfach perfekt wieder, was ich zu dem Thema zu sagen habe. Danke fürs Zugucken, danke für euren Support. Ich bin der Kugelmagnet und ich hoffe, so eine Scheiße müssen wir nicht nochmal besprechen. Ganz ehrlich, andere Probleme. Activision Blizzard hat auch ganz andere Probleme aktuell. Was war da? Da ist eine zweijährige Untersuchung vom Staat gewesen und jetzt geht das vor Gericht, weil da Frauen sexuell belästigt wurden, weil Frauen nicht korrekt bezahlt wurden, obwohl sie mehr Leistung gebracht haben, weil sich eine Mitarbeiterin das Leben genommen hat, nachdem sie mit ihrem Teamleiter auf einer Geschäftsreise war und da Nacktfotos von ihr rumgezeigt wurden und so. Richtig übler Scheiß. Also nicht, keine Übertreibung, kein irgendwas, wo man sagt, ja, ob das alles wirklich so, nee. Miese Scheiße. Miese Scheiße bei Blizzard. Richtig offiziell miese Scheiße. Von Gericht untersucht, weitergegeben, dass da was ist, an die Firma und es hat sich trotzdem kein Arsch drum gekümmert. Die haben das einfach wegignoriert. Und selbst jetzt noch versuchen sie sich da rauszureden. Wenn das vor Gericht geht, kannst du davon ausgehen, da ist was dran. Also das ist nix, was mal eben so einfach so gemacht wird. Und dann sind da irgendwelche Leute, die da arbeiten und sagen, ja, die zeigen unsere Firma hier in einem schlechten Licht und bla. Nee. Das ist keine schlechte Propaganda, das ist keine Miesmacherei oder mit Stein oder Scheiße werfen. Sowas passiert nicht einfach so. Da müssen aber ganz viele Köpfe rollen. Also mir ist regelrecht schlecht geworden, nachdem ich das mitgekriegt habe. Und wenn man da so ein bisschen Infos drüber sich raussucht, das ist einfach nur widerwärtig. Das ist das Allerletzte. Ja, also eine Geldstrafe, damit kannst du solche Unternehmen nicht kriegen. Klar, natürlich, die Hinterbliebenen oder die Betroffenen sollen schon eine Entschädigung bekommen, auf jeden Fall. Auch wenn natürlich bei einer sexuellen, oder die haben da Vergewaltigungswitze und so gemacht. All so ein Scheiß. Also, dass die Frauen sich da so unwohl fühlen, dass sie Angst haben, dass sie vergewaltigt werden von mehreren Leuten. Und da nackt Fotos rumgezeigt werden und einfach komplett hier mit Grabschen und alle sagen dann so, ja, das ist nicht so schlimm, das ist ja eigentlich auch ein Lob. Das sollte doch eigentlich ein Kompliment für dich sein, wenn dich jemand angrabbelt. Digga, als ob irgendeiner von diesen Bastarden gerne angegrabbelt werden möchte von irgendeiner ekligen, ranzigen Alten, auf die er selber keinen Bock hat. Männer sind solche widerlichen Wichser oft, Alter, weil sie irgendwie der Meinung sind so, ja, wieso? Also von mir angefasst zu werden, ist ja ein Privileg. Nee, du Pisser, Alter. Das ist kein Privileg. Jeder Mensch hat die Wahl, von wem er angefasst werden will und von wem er nicht angefasst werden will. Und es ist auch scheißegal, ob eine Frau im Bikini rumläuft. Es gibt niemandem das Recht, sie anzufassen. Gibt es nicht. Das ist so richtig antiquiertes Drecksverhalten, ist das. Und ja, natürlich gibt es Frauen, Alter, die sich daran aufgeilen, dass alle sie geil finden, weil sie halbnackt rumlaufen. Aber trotz, es gibt keine, egal wie eine Frau rumläuft, hast du trotzdem nicht das Recht, sie zu vergewaltigen oder irgendwas oder anzugrapschen. Jeder Mensch hat Rechte. Und da hat sich keiner drüber hinwegzusetzen. Leute, die das glauben, sind einfach der größte Abschaum, der auf dem Planeten rumläuft. Das macht mich wütend. Und dann sowas zu hören, dass sie dann da so rumgetut haben, so, ja, das ist doch eigentlich auch ein Lob, Alter. Ja, nee, ist es nicht, Alter, das ist widerlich. Das ist grauenhaft, das auszunutzen, dass man der Vorgesetzte von der Frau ist und sich da so anzubiedern. Ekelhaft ist das. Und da gibt es auch nichts zu verteidigen, Alter. Da braucht auch keiner irgendwie, es gibt, ne, klar, es gibt Frauen, die sagen, oh, ich wurde vergewaltigt und am Ende stellt sich raus, stimmt alles gar nicht. Man kann damit Karrieren sofort beenden. Es gibt so viele Frauen, die versucht haben, Männer zu zerstören, wo am Ende nichts war. Gibt es alles. Aber darum geht es hier gerade nicht, Alter. Es geht hier darum, dass irgendwelche Typen meinten, dass es okay ist, da rumzukrabbeln, Nacktfotos zu zeigen. Das ist einfach widerwärtig. Das ist doch kein Arbeitsklima, Alter. Und dann fragen sich die Leute, warum die Spiele bei Activision Blizzard alle so den Bach runtergehen. Guck dir doch an, was in WoW, Digga. Die Leute sind alle unzufrieden. Die ganze Firma hat kein vernünftiges Spiel mehr rausgebracht. Warcraft 3 Reforged, komplette Schrottscheiße, kannst du vergessen. Und langsam denkt man sich dann so, aha, ja gut, Alter, wenn das hinter den Kulissen so abläuft, das ist doch kein Wunder, wenn die Mitarbeiter so unglücklich sind. Was da abgeht, da gibt es nichts irgendwie zu beschönigen. Da hat das Gericht sich drum zu kümmern. Da hat jetzt keiner irgendwie Partei zu ergreifen und zu sagen, ja, aber vielleicht war es ja gar nicht so schlimm. Das ist nicht eure Aufgabe, diese Penner zu verteidigen. Sondern das ist einfach Aufgabe, dass es jetzt offiziell ein Gericht entscheidet und die Gerechtigkeit gelten lässt. Und die Gerechtigkeit durchsetzt. Das ist Aufgabe von den Leuten, die das untersucht haben und die das vor Gericht entscheiden. Und nicht von irgendwem im Internet, der der Meinung ist, ja, so scheinlich ist es schlimm. Also, wenn sich ja Leute das Leben nehmen und wie gesagt, eine zweijährige Untersuchung, die dann noch vor Gericht geht, da ist auf jeden Fall was dran. Da ist irgendwas ist da dran. Da muss was dran sein. Und wie gesagt, die Probleme sind denen bekannt gewesen. Das wurde offiziell auch gesagt, dass sie darüber informiert wurden, dass bei ihnen in der Firma solche Probleme herrschen. Und es hat sich nichts geändert. Es wurde sich nicht drum gekümmert. Und das lief garantiert schon länger, natürlich. Das wird ewig zurückgehen. Wurden unter Druck gesetzt, nicht zu sagen, es ist, also da ist so viel Scheiße passiert. Es ist einfach eklig, Mann. Und ich weiß, das sind so Themen, da willst du eigentlich nicht drüber nachdenken, wenn das um Gaming geht. Ja, Gaming ist was Gutes, das soll da eigentlich Spaß machen, das soll Freude bringen. Natürlich. Und auch so ein Stream wie jetzt. Natürlich möchte man lieber über schöne Sachen reden. Die Leute wollen jetzt hier in ihrem Feierabend natürlich jetzt nicht irgendwie über solche Dinge nachdenken vielleicht. Aber man muss halt eins verstehen. Diese Sachen betreffen uns genauso. Denn darunter leidet dieses gesamte Endprodukt. Darunter leidet die Branche. Und darunter leidet das, womit wir unsere Freizeit verbringen. Es gibt so Sachen, da kannst du dich nicht verdrücken. Das kannst du auch nicht wegignorieren. Da kannst du auch nicht sagen, ja, ich will einfach nur ein bisschen zocken. Das ist nicht mein Problem. Zumindest drüber zu reden, drüber nachzudenken und zu sagen, nee, das ist eben nicht okay, ist jedermanns Mitverantwortung. Ihr dürft eins auch nicht vergessen. Mit jedem Kauf von einem Spiel, von irgendeinem Skin oder sonst was, unterstützt ihr die Leute, die da an der Macht sitzen. Und wenn die Leute, die da die Chefs sind, sowas abziehen, dann unterstützt ihr die mit. Oder selbst wenn die nur die Augen davor verschlossen haben oder es einfach ignoriert haben. Frei nach dem Motto, wie viele Männer so sind. Wahrscheinlich haben da die ganzen oberen Tiere gesagt, ey, was, Billy? Unser Billy? Soll Frauen eingekrabbelt haben? Die übertreibt bestimmt. So sind die. Ich habe so viele Kumpel, die ich kenne, wo ich sagen würde, Alter, das sind feine Leute, das sind die besten Menschen. Aber ich könnte bei keinem mit Sicherheit sagen, ob der nicht irgendwo Leichen im Keller hat oder Frauen belästigt oder einfach ein Wichser ist oder sogar Frauen vergewaltigt, Kinderpornos sich reinzieht. Weißt du das? Nein, das weißt du nicht. Das kann man nicht wissen. So, und wenn dann da Leute sitzen in der Firma und sagen, Malte, Alter, Malte Reno? Der Partyhengst, Alter, der witzigste Mensch, den ich kenne, soll Frauen angekrabbelt haben? Das kann nicht sein. Leute, die nie dabei waren. Und so ist dieses ganze scheiß Kartenhaus. Das ist nicht okay. Und da muss man leider drüber reden. Und da kann man auch nicht sagen, naja, das ist aber, ich will mich damit nicht beschäftigen. Ich will einfach nur ein bisschen zocken. Ja, aber am Ende kommt alles wieder zu dir zurück. Und es ist echt wichtig, dass das nicht mehr weggeschwiegen wird. Das sind echte Probleme von echten Menschen. Und jeder hat da eine gewisse Mitveranforderung zu sagen, ey, das geht überhaupt nicht, was bei euch abgeht. Das akzeptiere ich nicht. Das ist nicht okay. Und es ist ätzend, darüber zu sprechen. Das macht absolut keinen Spaß. Aber das nützt ja nichts. Und es macht mich auch wütend. Es macht mich wütend, dass man darüber sprechen muss, dass man Frauen nicht angrapscht am Arbeitsplatz. Oder dass man keine unpassenden Vergewaltigungswitze macht. Oder nackt Fotos rum zeigt von der Mitarbeiterin, Kollegin. Oder von irgendwem, Alter. Wollt ihr, dass irgendeine Tussi von eurem kleinen, runzligen Penis irgendwelche Bilder rum zeigt? Wohl eher nicht. Das sind alles Wichser. Alles Wichser. Durch die Bank weg. Armselige, kleine Wichser sind das. Das geht in beide Richtungen. Natürlich gibt es auch, ne, es gibt viele Geschichten, wo einfach Karrieren sofort platt waren. Wie viele Leute wurden einfach bei Twitter zerstört, nur weil irgendjemand, irgendjemand gesagt hat, der hat mich auch schon mal sexuell belästigt. Und am Ende war es dann irgendein, in Anführungszeichen, Firlefanz. Es geht, die Schere geht in beide Richtungen. Aber das, was da abgeht, da ist nichts irgendwie zwielichtig oder, oh, vielleicht ist es ja auch anders. Nee, wie gesagt, zwei Jahre Investigation ist sehr unwahrscheinlich, dass das Quatsch war oder kompletter Quatsch ist. Und Ubisoft ist ja ähnlich gewesen. Es interessiert so viele Gamer einfach nicht. Aber das ist doch unsere Freizeit, das sind unsere Produkte, das ist unser Leben, Gaming. Und wenn die Leute, die tagtäglich sich den Arsch aufreißen, damit du deinen Spaß haben kannst, damit du geile Games bekommst, sich schlecht fühlen, angegrabscht werden, Nacktfotos in der Firma rumgezeigt werden von den Leuten, die physische und psychische Probleme dadurch bekommen, die sich das Leben nehmen deswegen, dann kann man das nicht ignorieren. Das sind die Leute, wenn das so weitergeht und die Branche so vergiftet ist, dann kommt entweder bald nur noch Scheiße raus oder gar nichts mehr. Dann gibt es das einfach nicht mehr, weil da keiner arbeiten will in der Branche. Man kann das nicht ignorieren. Leider kann man das nicht ignorieren. Und leider muss man drüber reden, leider sind das echte Probleme, die immer wieder stattfinden, was echt armselig und schade ist. Dass das immer noch eine Thematik ist, dass das immer noch Leute gibt, die meinen, für sie gelten solche Regeln nicht. Und wenn ihr zu den Leuten gehört, die meinen, ich habe ja nur ein bisschen mal die Schultern massiert, das ist ja nicht schlimm. Doch, es ist nicht deine Entscheidung, ob es jemandem anderen gefällt oder nicht. Das ist nicht eure Entscheidung. Das ist ein Mensch, das ist ein Lebewesen mit Rechten und einem eigenen Willen und niemand hat jemandem anderen seinen Willen aufzuzwingen. Nur weil ihr einen Ständer habt oder meint, ihr seid unwiderstehlich oder sonst was. Ihr seid einfach nur armselige Wichser, wenn ihr so seid. Hört auf damit, lasst das sein. Da ist nichts cool dran. Da ist nichts dran, womit man vor seinen Kollegen angeben kann oder sollte. Und wenn ihr solche Leute seht im Freundeskreis, wenn Leute bei euch damit angeben, wie asozial sie Frauen behandeln, dann seid ihr, seid ein Mann und sagt, sag mal, geht es dir nicht gut oder was? Was ist das denn für ein Verhalten? Das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht männlich, sich so zu verhalten. Männlich ist, solchen Leuten zu sagen, ey, so geht man mit Frauen nicht um. So geht man mit niemandem und auch mit Männern nicht. Männer werden auch angekrabst und vergewaltigt. Bevor der Nächste wiederkommt. Aber Männer auch. Ja, alle. Es geht um jeden Menschen. Egal welchen Geschlechts. Oder welcher ethnischen Herkunft oder sonst was. Egal an welchen Onkel im Himmel der glaubt oder sonst was. Behandelt euch vernünftig wie ein Menschen. Das muss man einfach mal loswerden. Es ist wichtig. Viele Leute müssen das wirklich in den Kopf reinkriegen, dass sowas leider existiert. Deswegen muss Gaming nicht weniger Spaß machen. Deswegen soll die, ich will, man will euch nicht den Spaß verderben. Aber es ist wichtig. Das sind wichtige Themen. Blizzard wird es trotzdem überleben. Gut, ich will ja auch nicht, dass die Firma in den Bach runter geht. Das klingt ja so, als ob da jeder einzelne Mitarbeiter eine Drecksau ist. Man will ja das Gegenteil. Man will ja, dass der Scheiß, dass die Fäulnis aus der Firma rausgeschnitten wird, damit da sowas nicht mehr passiert. Leute zu hassen, nur weil sie da jetzt arbeiten, die können da nichts für. Das ist ein kleiner Prozentsatz der Firma. Es geht darum, dass die Chefs und die Leute, die es hätten ändern können, weggeguckt haben. Nicht, dass jeder in der Firma ein perverser ist. Das ist auch ein ganz wichtiger Unterschied. Und dieses ganze, diese ganzen Freizeit-FBI-Agenten da bei Twitter, die dann jeden irgendwie ankacken, das ist gar nicht eure Aufgabe, andere Leute anzumaulen, nur weil sie jetzt vielleicht WoW streamen. Es gibt Leute, die gehen jetzt zum World of Warcraft, die sagen, hast du das etwa nicht mitgekriegt? Was fällt dir ein noch weiter in das Spielsystem? Es gibt Leute, die leben nur davon. Es gibt Leute, die haben damit ihre Existenz aufgebaut. Was sollen die denn jetzt machen? Sollen die sagen, ja, nö, also, dann bin ich jetzt halt pleite oder was? Also, das funktioniert nicht. Weiß ich nicht, das ist so komplett irrationales Denken. Und auch, wie gesagt, Mitarbeiter bei Blizzard jetzt zu hassen, das sind größtenteils die Opfer, die ihr da hasst. Das sind die Leute, die dem ganzen Scheiß zum Opfer gefallen sind. Wenn überhaupt brauchen die eure Unterstützung und nicht noch mehr Hass. Das geht offiziell vor Gericht. Die sollen das klären, wer da verantwortlich ist. Und dann haben Köpfe zu rollen. Wenn keine Köpfe rollen oder wenn rauskommt, okay, der und der und der war das, Geldstrafe und fertig, dann muss die, dann muss die Öffentlichkeit sagen, Alter, was? Das reicht nicht. Das ist nicht Gerechtigkeit, was ihr hier macht. Aber bis dahin, jeden zu hassen, der irgendwas mit Blizzard zu tun hat, ist totaler Unfug. Und auch komplett fehl am Platz. Also, bevor ihr jetzt zum nächsten Streamer geht, der WWW-Zeug sagt, Alter, da werden Frauen belästigt, das kann man nicht mehr unterstützen. jeder muss das selbst entscheiden. Und wenn man die Wahl hat, ich selbst, die jetzt zum Beispiel momentan auch keinen WWW-Stream, würde ich nicht machen. Aber, wenn du jetzt zum Beispiel Call of Duty-YouTuber bist, was willst du da machen, Alter? Willst du jetzt kein Content mehr machen? Willst du jetzt plötzlich, weiß ich nicht, Kamenabstrike spielen oder sowas? Dann hast du deine gesamte Existenz komplett sofort verloren. Wie viele Mitarbeiter gibt es in der Firma? Und ein kleiner Teil davon sind miese Missgestalten. Und die haben zur Rechenschaft gezogen zu werden. Und alle anderen sind im Grunde Mitopfer. Da muss sich definitiv was ändern. Und vielleicht ist dieser ganze Vorfall hier etwas, wodurch viel mehr über sowas geredet wird, viel mehr auf sowas geachtet wird. Ich hoffe es einfach. Ich hoffe einfach, dass das einfach dazu führt, dass mehr Leute einfach auf sowas achten, wenn irgendwo sich was rauskristallisiert oder irgendwas im Gespräch ist, dass da solche Sachen passieren, dass die Leute nicht sagen, ah, ganz ehrlich, ich hab Feierabend, komm, lass mich jetzt Assassin's Creed zocken. Es interessiert mich nicht, ob der CEO das wegblinzelt, was bei ihm ist. Und wie gesagt, es haben viele große Firmen solche Probleme. Ernste Themen hier. Es ist halt einfach wichtig, man muss auch über solche Sachen reden. Und als Streamer hat man ja auch irgendwo eine Vorbildfunktion, man hat eine Community, auf die man Einfluss hat. Und wenn ich jetzt hier sitze und sage, ja, ganz ehrlich, muss uns nicht interessieren, wir wollen einfach nur zocken und Spaß haben, das ist nicht unsere Aufgabe, uns darüber auch noch im Kopf, ich hab genug eigene Probleme, könnte ich, ich hätte den gesamten Rant komplett umdrehen können und locker die Hälfte der Leute, die jetzt bei dem, was ich jetzt gesagt hatte, den Kopf genickt haben, hätten, wenn ich das andere gesagt hätte, den Kopf genickt, gesagt, ja, ja, man, ja, da hat er recht, was interessiert mich das? Ich hab einfach nur Feierabend, das ist nicht mein Problem. Man hat so viel Einfluss auf ganz viele Leute. Und ich vermute, bei mir in der Community sind die meisten noch einigermaßen in der Lage, ein eigenes Urteil zu fällen. Aber ich weiß, dass ich auf viele Leute einfach einen Einfluss habe. Selbst wenn ich immer versuche, differenziert zu sein, wird es immer eine ganze Menge Leute geben, die einfach das sagen, was ich sage. Oder auch junge Menschen, die vielleicht einfach noch zu jung sind, um wirklich Lebenserfahrungen mit sowas zu sammeln. Einfach über solche Sachen zu informieren. Es ist wichtig, auch über ernste Themen zu sprechen. Und ich glaube, viele trauen sich nicht, dass man sich nicht noch Geschichten über das Leid anderer anhören möchte. Das verstehe ich. Es ist trotzdem nicht richtig, zu sagen, nur ich hab Probleme, also sind alle anderen Probleme für mich nicht relevant. Das ist nicht meine Aufgabe. So funktioniert eine Gesellschaft nicht. in der Gesellschaft funktioniert, in dem jeder seinen Teil dazu beiträgt, dass es für alle angenehm ist. Und wenn man selber in der Scheiße sitzt, dann hat man genauso ein Recht darauf, dass andere Leute einem helfen oder dass es einem besser geht, wie dass man selber im Zugzwang ist zu sein, wenn man sich daran beteiligt. Und wenn man Spiele kauft und wenn man Spiele spielt, dann ist man leider aktuell Teil dieser Diskussion. Das gibt's auch am ganz normalen Arbeitsplatz. Natürlich. Aber jetzt haben wir einen konkreten Fall, wo wirklich etwas ist, wo wir nicht spekulieren, dass es vielleicht so ist. Es ist ja nicht in jeder Firma überall so und auch nicht so krass. Es gibt ja auch Führungskräfte, die sowas ganz klar und strikt verfolgen und bestrafen. Und ich find's halt wichtig, dass man drüber redet. Und auch, sehr ganz ehrlich, wenn dann Leute abhauen, weil sie sagen, das ist mir egal, dann kommt wieder, wenn nur Gaming läuft. Alter, hier läuft so viel Gaming, aber mir ist es wichtig, dass wir über solche Sachen auch einfach reden. Ansonsten würde ich, ich könnte nicht ruhig schlafen, Alter, wenn ich hier einfach sitze und so tue, als wäre alles in Ordnung, wenn ich weiß, dass da solche Sachen passieren, die vielleicht viele nicht mitkriegen. Weil eins ist auch logisch, Decker, die werden versuchen, so viel wie möglich davon unter den Tisch zu kehren oder schön zu reden, damit ihre Community und ihre Fanboys loslaufen und das entschuldigen und das irgendwie verteidigen, obwohl sie gar keine Ahnung haben können, was wirklich passiert ist, weil sie nie in dieser Firma waren, weil sie nie mit einem dieser Mitarbeiter gesprochen haben und selbst wenn sie mit Leuten gesprochen haben, wissen die nicht, was die in der verschlossenen Türen machen. Kein Mensch, egal wie sehr er Blizzard feiert oder die Spiele feiert, hat jetzt aktuell, das in irgendeiner Art und Weise zu verteidigen oder zu white knighten. Nicht mal die Leute, die da arbeiten und sagen, bei uns ist alles gut, wir hatten solche Probleme nicht. Gibt ja auch so Mitarbeiterinnen, die dann sagen, sowas gibt es hier nicht. Hab ich nie erfahren. Nee, vielleicht bist du einfach nur tough und die Männer trauen sich bei dir nicht. Es gibt so Opfer und es gibt so welche bei denen und diese Typen, die so sind, die wittern das und die wittern auch, mit wem von den Männern sie drüber reden können und witzeln können und bei welchen sie so tun, als wären sie einfach nur ein cooler Typ. Das sind so richtige Predator und da hat keiner jetzt zu sagen, also die haben geschrieben, das ist da nie passiert. Da ist was dran. Lasst euch nicht verarschen. Jetzt können wir auch wieder zocken und Spaß haben. Wie gesagt, das Leben ist nicht nur ätzend oder cool. Es ist immer wichtig, dass man über solche Sachen redet, aber man sollte sich den Spaß nicht verderben lassen. Man kann beides. Man kann das ernst nehmen, wenn was ist, aber davon wird nicht alles andere scheiße. Und das ist eine Einstellung, die sich leider in letzter Zeit immer mehr eingebürgert hat, dieses Extreme. Entweder man ist da voll gegen und macht nichts mehr damit und cancelt alles weg oder man sagt, ja, ist alles egal, ist alles Quatsch, alles ist Quatsch, alles, was ich höre, ist Quatsch. Alles, alles ist Quatsch. Nichts stimmt, jemals. Außer das, was ich meine, was stimmt. Wenn google ich das, ob das stimmt, was ich meine, was stimmt und dann steht da, das stimmt. Also stimmt das. Das ist heutzutage leider sehr viel in der Gesellschaft und das ist einfach ein Scheiß-Approach. So, weiter geht's.